Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen COD-Video. Jetzt nach dem Reveal von Call of Duty Black Ops Cold War hat Treyarch tatsächlich nochmal weitere Funktionen und Sachen vorgestellt, die wir bekommen für Call of Duty Black Ops Cold War. Und keine Angst, ich sag Call of Duty Black Ops Cold War in dem Video nicht die ganze Zeit. Call of Duty Black Ops Cold War. Lasst auf jeden Fall, bevor wir in die ganzen Informationen springen, ein Abo da, würde mich sehr freuen. Lasst auch eine Bewertung da, falls euch das Video gefällt. Und wir springen jetzt erstmal in den Punkt, der ja nicht so wirklich erklärt wurde von Activision, wo wir alle gerade noch so ein bisschen warten, was da eigentlich Sache ist. Und zwar geht es ums Level-System. Viele von euch, habe ich in den Kommentaren gesehen, wünschen sich wieder einen Prestige-Modus. Ich brauche ihn nicht unbedingt, muss ich gestehen. Ich finde es eigentlich ganz nett, wenn man seine Waffen die ganze Zeit behält und nicht alles resetten muss, wie das ja beim Prestigen immer der Fall war. Aber ich hätte jetzt auch nicht unbedingt was gegen ein Prestige-System. Activision selber meint aber auf jeden Fall, es gibt irgendwas Neuartiges, was brandneues. Und zwar meint Activision, zum Start wird Black Ops Cold War ein brandneues Level-System haben, das später mit Warzone verbunden wird und es Spielern erlaubt, neue Inhalte freizuschalten, die man in beiden Titeln nutzen kann. Das heißt, es wird irgendwas Neues kommen. Da ist jetzt halt die Frage, ob wirklich was komplett Neues kommt für den Multiplayer oder, und das ist glaube ich das, was am meisten Sinn macht, dass es irgendwie ein, ja, Hybrid-System gibt. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass man in beiden Spielen gleichzeitig levelt, in Warzone dann allerdings irgendwann einen Level-Cap hat, da stehen bleibt und bei der nächsten Season wird das wieder resettet, so wie das jetzt auch der Fall ist. Aber vielleicht ist es eben trotzdem gleichzeitig so, dass man im Multiplayer, in Cold War, einfach, ja, Prestigen kann, dass das da funktioniert und dass sich da die ganzen Waffen resetten. Weil im Multiplayer wollen viele Leute ihre Waffen resetten, dann macht das auch Sinn oder da funktioniert das relativ gut. Bei Warzone wird aber natürlich keiner Prestigen. Da will niemand irgendwie seine Waffen verlieren. Und wenn man da ein Hybrid-System bauen würde, dass es auf der einen Seite Seasons gibt, auf der anderen Seite Prestigen, aber trotzdem kann man gleichzeitig leveln, dann glaube ich, wäre das die perfekte Lösung. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwas gebaut wird, was in diese Richtung geht. Da bin ich echt gespannt auf weitere Informationen. Aber alle Leute, die gerne Prestige haben wollen, die Hoffnung noch nicht aufgeben, noch gibt es da auf jeden Fall die Chance. Dann wurde von einem Treyact-Mitarbeiter auf Twitter was bestätigt, dass Exclusive Ace beobachtet hat, also die Alpha gespielt hat. Und zwar hat er gemerkt, dass es anscheinend irgendwie keinen Flinch gibt. Und auf Twitter wurde von einem Treyact-Mitarbeiter bestätigt, dass dieses ganze Flinch-System komplett umgebaut wurde. Unter Flinschen bzw. ja, Zurückweichen, so kann man es vielleicht übersetzen, meint man ja das Zurückzucken der Waffe, das Nach-Oben-Zucken der Waffe, wenn man angeschossen wird. In, keine Ahnung, Black Ops 2 zum Beispiel gab es dann extra, das dagegen geholfen hat, Zähigkeit, dass man irgendwie eigentlich immer mitnehmen musste. In späteren Treyact-CODs war das dann nicht mehr mit dabei, weil das ein Perk war, das man mitnehmen musste und das wollte Wunderhaar nicht so gerne. Und jetzt, wie es aussieht, ist das Flinch-System komplett überarbeitet worden, in eine richtig gute Richtung. Also, warum ist das Flinch-System eigentlich nicht so gut? Weil man, wenn man sehr gutes Aim hat und auf den Kopf schießt, kurz nicht mehr auf den Kopf schießt, wenn man angeschossen wird. Das heißt, man wird dafür bestraft, während Leute, die nicht so gutes Aim haben vielleicht oder einfach nur auf einen Oberkörper-Treffer zum Beispiel gehen, angeschossen werden, dadurch nach oben flinchen und zufällig einen Headshot treffen können. Und dadurch werden die dann praktisch einfach belohnt, obwohl sie nicht unbedingt das bessere Aim haben. Das heißt, durch so ein Flinch-System bringt man irgendwie so eine Zufälligkeit mit in Gunfights, die man eigentlich nicht haben will. Und das wurde jetzt alles umgebaut und ein Treyact-Mitarbeiter hat auf Twitter gemeint, Schadensflinch wurde neu designt in Cold War. So, Flinch ist jetzt hauptsächlich eine Feedback-Mechanik, um Spielern zu zeigen, dass sie Schaden nehmen, ohne die Aim-Position der Waffe zu beeinflussen. Das ist eben das Wichtige. Die Waffe bewegt sich mit dem Bildschirm, um auf dem Ziel zu bleiben. Es gibt keine Flinch-Headshots mehr. Das heißt, es gibt noch eine Animation, wenn man angeschossen wird, wie man das eigentlich auch haben will. Aber das ist halt einfach nur eine Meldung an den Spieler, die sagt, ey, du wurdest gerade angeschossen. So wie man auch irgendwie eine Anzeige bekommt vielleicht, aus welcher Richtung man angeschossen wurde. Da gibt es ja auch so Markierungen auf dem Bildschirm. Oder halt einen roten Screen, der auch irgendwann kommt, wenn man angeschossen wurde. Aber das sind alles ja nur Hinweise. Und das ist alles nichts, was irgendwie das Aim beeinflusst. Und Flinch ist jetzt auch so ein Hinweis, der das Aim nicht beeinflusst. Und das ist eine verdammt geile Sache. Es wird dafür sorgen, dass sich Gunfights besser anfühlen. Du hast nicht mehr dieses komische, hä, wie hat der mich jetzt gerade gekillt? Und das ist bei Black Ops Cold War ganz besonders wichtig, weil man in dem Game belohnt wird, wenn man gutes Aim hat und auf Headshots geht. Man hat nämlich einen relativ hohen Headshot-Multiplikator, für COD auf jeden Fall. Es gibt natürlich andere Spiele mit einem höheren. Aber ich glaube, der Headshot-Multiplikator liegt bei 1.4, wenn mich nicht alles täuscht. Das bedeutet, wenn man mit seiner Waffe auf den Kopf schießt und Kopftreffer macht, wird der Schaden mal 1.4 genommen. Das heißt, man macht ein bisschen mehr Schaden. Man wird belohnt für gutes Aim. Und man will natürlich niemanden belohnen, der zufällig einen Headshot macht, weil er gerade angeschossen wurde, während er auf dem Oberkörper bei einem anderen Gegner geschossen hat. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine neue Funktion in COD, die nicht Noob-freundlich ist. Damit werden nicht die Noobs belohnt, sondern die guten Spieler. Leute, die gutes Aim haben. Was bedeutet, dass ich meinen Headshot aim? Weil ich auf jeden Fall trainieren muss. Weil bei mir ist es nicht da. Neben diesem Level-System, das wir bekommen, das brandneu sein soll, wobei es wahrscheinlich wirklich einfach so ein Hybrid ist und diesem neuen Flinch-System, ist es so, dass wir ein paar Sachen wiederbekommen, die wir jetzt in der Vergangenheit eigentlich immer wieder hatten. Und da sind auch ein paar Sachen dabei, die sich sehr gut anhören. Es ist erstmal so, dass Waffenanschau-Animationen zu Black Ops Cold vorkommen. Jetzt habe ich den ganzen Namen doch wieder gesagt. Und zwar ist es so, dass die während der Alpha nicht mit am Start waren. Da haben sich schon viele Leute gewundert. Aber die kommen bei Release von Call of Duty Black Ops Cold War. Ich sage den Namen die ganze Zeit. Es tut mir leid. Das heißt, wir müssen nicht wie bei MW irgendwie auf diese Animationen warten. Und ich hoffe, dass Treyarch da wieder ein bisschen Pep mit reinbringt. Bei MW sind die relativ langweilig und bei jeder Waffenart eigentlich das Gleiche. Bei Black Ops 4 gab es aber ein paar richtig geile Animationen. Und ich hoffe, Treyarch ist da wieder kreativ und bringt irgendwie was Verrücktes mit rein. Ist dann einfach ein bisschen geiler. Was auch bestätigt wurde von Treyarch, ist, dass wir wieder so Finisher-Moves haben. Das heißt, wenn man sich anschleicht von hinten an den Gegner, die Messerntaste drückt und gedrückt hält, dann gibt es wieder irgendeine coole Animation. Das macht einfach extrem viel Spaß in MW. Also das ist wirklich eine geile Ergänzung. Damit irgendwie die Camper wegzuholen, macht einfach Spaß. Und das wird auch wieder mit dabei sein. Das wird auch im fertigen Spiel am Start sein. Dann ist es tatsächlich so, dass was ganz Interessantes entdeckt wurde während diesem Reveal-Livestream. Da konnten ja einige YouTuber schon spielen. Ich leider nicht, aber viele haben schon spielen können. Die Alpha-Version. Und bei dieser Alpha-Version war es so, dass im Stream von Noah Jay hat man das gesehen, eine Map-Voting-Funktion mit am Start war. Und die Lobbys wurden nach einer Runde nicht aufgelöst. Beide Sachen, die nicht mit am Start sind oder mit am Start sind bei MW. Das heißt, bei MW kann man nicht aussuchen, auf welcher Map man spielt. Was bei mir dafür sorgt, dass ich relativ oft quitten muss, kurz bevor die Runde startet. Weil ich leider einige Maps überhaupt nicht gerne spiele. Und es ist so, dass die Lobbys immer aufgelöst werden bei MW. Das heißt, nach einer Runde, egal wie viel Spaß es gemacht hat mit den Leuten, die Lobby, die löst sich auf nach einer Runde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in eine neue Lobby kommt, ist sehr hoch. Da ist halt jetzt die Frage, ob das irgendwas war für die Alpha. Oder es sind Sachen, die auch im fertigen Spiel mit am Start sind. Müssen wir abwarten. Fand ich jetzt aber auf jeden Fall an der Stelle recht interessant. Beim Map-Voting bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, was ich da lieber mag. Ich muss zwar ab und an quitten in MW, aber sowas wie Call of Combine, das wir hatten bei Black Ops 3 am Start, wo wir die ganze Zeit die gleiche Map gespielt haben, durchgehend, das will man natürlich auch nicht unbedingt haben. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und auch zum Level-System und zum Flinch-System. Lasst uns da in den Kommentaren so ein bisschen diskutieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, an der Stelle müssen wir dann noch ein bisschen warten. Diese Zeit nach Multiplayer-Reveal bis zur Beta beziehungsweise bis zum fertigen Spiel ist schon echt immer das Schlimmste, finde ich auf jeden Fall. Da ist es ja eigentlich fast ganz gut, dass jetzt zu spät alles vorgestellt wurde. Weil das bedeutet, wir müssen nicht ganz so lang warten, bis das Game rauskommt, wie das sonst immer der Fall war. Und Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Für weitere Call of Duty-Videos lasst auch ein Abo da. Und wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.